Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. In der letzten Folge haben wir sate 20 Minuten gebraucht für die Level 10 Quest, deswegen dachte ich mir, naja, hängst du direkt mal noch eine neue Quest dran. Für Level 15, ich hoffe die dauert nicht länger. Aber dafür gibt es eine Fernkampfattacke, damit ich auch mal auf Entfernung die Gegner an mich ranholen kann, wenn mal ein paar mehr stehen. Und zwar das Wurfmesser. Ah, Killua, du kommst genau richtig. Es gibt anscheinend Ärger. Der Kunde ist auf dem Weg, also rühr dich nicht von der Stelle und spitze die Ohren. Ich werde Leichtfuß und die Streunerin ebenfalls mit der Sache beauftragen. Jack, der Kunde ist eingetroffen. Unser Gast ist vom Marsstromkommando und überbringt vertrauliche Befehle direkt vom Admiral. Es wird also sicher kein ganz leichter Job werden. Ich fürchte, euer Gildenmeister hat recht. Vor ein paar Tagen strauchelte ein ausgemergelter Mann auf der Suche nach Hilfe in eines unserer Lager. Nachdem wir den armen Kerl befragt hatten, fanden wir heraus, dass er nur knapp einem Leben als Sklave entgangen ist. Er behauptete, dass Piraten sein Dorf überfallen und ihn, wie auch viele andere, entführt hätten. Die Leute sollten wohl anschließend auf dem Schwarzmarkt Pfeil geboten werden. Wir haben einen Spähtrupp losgeschickt, um die Geschichte zu überprüfen, und fanden das Dorf komplett zerstört vor. Es war lediglich eine mickrige Siedlung, die nicht einmal ein Wachhaus hatte, daher wussten wir bisher auch nichts von ihrem traurigen Schicksal. Man könnte meinen, diese Piraten hätten noch nie etwas von dem Kodex gehört. Brave Bürger ausrauben und in die Sklaverei schicken? Wir haben sich eine ordentliche Abreibung verdient. Und ob. Der Kodex verliert zwar nicht allzu viele Leute darüber, aber wenn es gegen jene geht, die sich an den Schwachen vergehen, gibt es keine Gnade. Immerhin waren die ersten Piraten hier Typen, die selbst vor der Unterdrückung an den nördlichen Meeren geflohen sind. Wer seine eigene Geschichte verdrängt, riskiert das zu werden, was er am meisten gehasst hat. Also, habt ihr Informationen über die gesuchten Halunken? Die haben wir. Aus den Beschreibungen eines geflohenen Dorfbewohners konnten wir schließen, dass diese Gesetzesbrecher Mitglieder der Schädelbande sind, eine Piratenmannschaft, die eine offizielle Freibäuterlizenz besitzt. Jedoch sieht es so aus, als würden sie die Freibäuterei lediglich als Fassade nutzen, hinter der sie ihren unerlaubten Aktivitäten nachgehen. Kaum vorzustellen, wie viele andere Bewohner Limsas diesen gefährlichen Sklavenhändlern bereits zum Opfer gefallen sind. Und wir haben das direkt vor unserer Nase zugelassen. Der Admiral wünscht, dass diese Schmach unverzüglich aus der Welt geschafft wird. Aber schon allein das Aufspüren dieser armen Seelen, die in die Sklaverei verkauft wurden, übersteigt unsere personellen Kapazitäten. Zudem könnten wir zwar noch mehr Sorberaten auf das Problem ansetzen, aber dabei riskieren wir zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und womöglich eine Panik zu verursachen. Daher möchten wir die Schurkengilde um Hilfe ersuchen. Wir bitten darum, dass ihr die Schädelbande ausschaltet und die Dorfbewohner aus der Gefangenschaft befreit. Und das alles möglichst diskret, wenn es geht. Ist so gut wie erledigt. Wenn diese miesen Typen erst unsere Klingen im Rücken spüren, wird ihnen nur ein kurzer Moment zur Reue bleiben, ehe wir die Einhaltung des Kodex durchsetzen. Alles klar, an die Arbeit. Ich werde mich dieser Sache selbst annehmen. Leichtfuß, Kebbe, ihr zwei solltet die Untersuchung des Mahlstroms unterstützen und herausfinden, was aus den Leuten geworden ist, die bereits in die Sklaverei verkauft wurden. Killua, du kommst mit mir. Ich denke, du bist bereit für den nächsten Schritt deiner Ausbildung. Sollen wir uns dann um diese elenden Sklavenhändler kümmern? Unser Kunde hat berichtet, dass die Todeskocke vor ein paar Glocken in Bierhafen ausgelaufen ist. Womöglich plündern sie auch tatsächlich das ein oder andere Schiff der Galea. Aber das ist nur eine Fassade, die sie zur Täuschung der Soldaten des Admirals aufrechterhalten. Dieser Satzbau manchmal, ne? Ich hatte bereits vermutet, dass der Rest der Mannschaft auf Land gegangen ist, um weitere Opfer für ihren Sklavenhandel aufzutreiben. Und wie zur Bestätigung meiner Theorie wurde einer dieser verdammten Schädelpiraten gesichtet, als er am unteren Landhauskehr herumschlich. Es gibt einen netten Kerl namens Swarsund drüben bei den Morabi-Trockendogs, der dir vermutlich mehr darüber erzählen kann. Er ist eigentlich ein Schiffbauer, aber er hält die Augen für unsere Gilde offen. Schau mal bei ihm vorbei und unterhalte dich mit ihm. Ich werde später zu euch stoßen. Also an die Trockendogs. Juuu. Hey, ich weiß wer du bist. Was kann der alte Swarsund für dich tun? Du jagst einen Sklavenhändler von der Schädelbande? Ah, nun, das erklärt also einiges. Ich habe immer ein Auge auf das Treiben an den Trockendogs, musst du wissen. Und in der Ferne habe ich ein seltsames Trio erblickt. Dieser Grobian, einer der Piraten nehme ich an, schubste einen anderen Kerl und dieses arme Doremetchen vor sich her. Ich habe schon geprügelte Köder gesehen, die weniger erwärmlich als diese beiden aussahen. Zuletzt waren sie auf dem Weg nach Süden. Wenn an deinen Berichten über ihren Sklavenhandel war etwas dran ist, dann führt dieser Schädelpirat sie nicht den ganzen Weg bis zum Markt. Nein, vermutlich wartet irgendwo ein Schiff auf sie. Und wenn ich ein Sklavenhändler auf dem Weg nach Süden wäre, würde ich mein Schiff irgendwo am Salzstrand verstecken. Somit bleibt dir nicht viel Zeit. Du meinst, Jack ist auf dem Weg, oder? Du gehst am besten schon mal vor und ich schicke ihn dir dann hinterher, sobald er hier eintrifft. Bin ich obenrum schneller wahrscheinlich. Bin ich obenrum schneller wahrscheinlich. Ich kann mir zum nächsten Raid ein neues Teil kaufen. Okay. 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 Auf den alten Svass und des Verlass wie? Nun, wie ist die Lage? Ein richtig sympathischer Typ. Bewegt euch, habe ich gesagt. Meine Oma ist mit ihrem Holzbein schneller als ihre erbärmlichen Säcke. Oder braucht ihr etwa noch eine Tracht Prügel? Habt ihr bereits vergessen, was passiert, wenn mir der Geduldsfaden reißt? Es tut mir leid, bitte keine Prügel mehr. Wir sind gelaufen so schnell wir konnten, aber wir brauchen Essen und Wasser. Dann ab aufs Boot und die Klappe halten. Ihr kriegt was zu essen, wenn wir die andere Seite erreicht haben. Die andere Seite? Wohin bringt ihr uns? Willst du mich herausfordern oder bist du einfach nur dumm? Ich habe doch gesagt, Klappe halten. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Bei Leviathan. Jetzt jammert sie schon wieder. Hör zu, wir brechen nach Bierhafen auf, okay? Dort treffe ich mich mit meinen Kollegen, um eine Bestandsaufnahme zu machen und zu entscheiden, welche Ware wohin verkauft wird. Manche Käufer wollen nur Typen, andere sind auf der Suche nach Mädels. Solange diese reichen Bastarde glücklich sind, verdienen wir mehr Gel, als wir jemals durch das Plündern der Schiffe des Kaiserreichs machen könnten. Denk dran, Mädel, sobald die Todesgurke zum Beladen im Hafen eingelaufen ist, wirst du in ein fernes Land weit weg verschifft. Du wirst deine Heimat nie wieder sehen. Also, wenn ich du wäre, würde ich meinen leeren Magen nochmal mit einer letzten großen Portion der süßen Meeresbrise von der Neskina erfüllen. Ich bin versucht, ihm auf der Stelle ein Messer zwischen die Augen zu rammen, aber so kriegen wir den Job nicht erledigt. Wir werden warten, bis er uns zu seinen Jungs im Bierhafen führt. Dann mischen wir den ganzen verdammten Haufen auf. Die Schädelpiraten kriegen ihre Abreibung, keine Sorge. Sie ist fort. Wir machen uns lieber nach Bierhafen auf. Solange du keinen schnelleren Weg weißt, sollten wir die Fähre am Kerzenwacht Kai nehmen. Wir treffen uns auf der anderen Seite, Junge. Ähm, ich kenne einen schnelleren Weg. Teleport! Kiloa, dieser Schädelpirat hat noch immer die Gefangenen bei sich. Anscheinend haben sie unter einem Decknamen ein Zimmer gemietet. Hm, sie geben sich nicht mal die Mühe, ihre Untatt zu verbergen. Ganz schön mutig, aber das ist ein alter Trick von Sklavenhändlern. Falls jemand die Ware als solche erkennt, wird nur ein einziger Händler geschnappt. Der Rest der Mannschaft macht sich aus dem Staub, während sie ihren Kollegen am Schlafittchen haben. Und du kannst dir sicher sein, dass sie ihre Gefangenen mit dem Tod gedroht haben, falls sie auch nur einen Mucks von sich geben. Hab Geduld, Junge. Wir werden einfach warten, bis das ganze Gesindel hier versammelt ist. In der Zwischenzeit spitzt du am besten deine Dolche. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Bist du bereit? Jo. Sinnbar. So, wir haben lange genug gewartet. Hoffentlich gibt es keine Nachzügler mehr. Hör gut zu, Junge. Die Händler sind als ehrbare Kaufleute getarnt und haben sich in drei verschiedenen Zimmern im Bierhafen einquartiert. Woran wir erkennen, wer von den Leuten zu den Händlern gehört? Ganz einfach. Wirf einfach einen Blick auf ihre Hände. Die Händler tragen Lavendelhandschuhe. Genau die gleichen, die dieser widerliche Kerl am Salzstrand anhatte. So finden sie sich auch in belebten Städten wieder. So habe ich auch herausgefunden, wo die Bastarde abgestiegen sind. Wenn man doch noch die hoffnungslosen Gesichtsausdrücke ihrer Begleitung in Betracht zieht, kann man sich sicher sein, das passende Ziel gefunden zu haben. Also, der Job läuft folgendermaßen ab. Wir dringen in alle drei Zimmer ein, erledigen die Händler so schnell wie möglich und geben diesen Gefangenen ihr Leben zurück. Alles klar? Hey, die Tür zum Lagerraum wurde aufgebrochen. Irgendein Dieb hat sich an dem Bier zu schaffen gemacht. Nun, sie können nicht weitergekommen sein. Ich trommle besser die Jungs zusammen und schaue mich mal am Hafen um. Hm, hat dieser Händler sich an gestohlenem Bier glücklich getan? Man sollte meinen, sie würden versuchen, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Verdammte Volltrottel. Und jetzt wimmelt es hier bald nur so von Gelbjaggen. Wenn sie uns erwischen, wie wir hier herumschleichen, kriegen wir es vermutlich mit ihren Äxten zu tun, noch bevor sie große Fragen stellen. Daher sollten wir die Patrouillen auf jeden Fall vermeiden. Wir schleichen uns möglichst unbemerkt in jedes der Zimmer und halten nach diesen Lavendelhandschuhen Ausschau. Da drin sind auch uns schuldige Typen. Die sollten wir wenn möglich verschonen, okay? Sobald du dein Ziel ausgemacht hast, solltest du mit aller Kraft zuschlagen. Wir haben kein Interesse an einem fairen Kampf. Wenn die Gelegenheit günstig ist, erledige sie mit der Technik, die die Jungs gerne Meuchelsprung nennen. Ein bisschen zu dramatisch für meinen Geschmack, aber Tod ist Tod. Egal wie man es nennt. Ich denke wir sollten lieber einer nach dem anderen aufbrechen, um den Gelbjaggen aus dem Weg zu gehen. Du gehst vor. Tschüss. Tschüss. Okay. Okay. Nummer 2. Okay. Nummer 4. Das scheint der letzte von ihnen gewesen sein und du hast meine Hilfe fast gar nicht gebraucht. Zurück in die Schatten, Junge. Nummer 3. Nummer 3. Keine schlechte Arbeit, oder? Der Mahlström wird sich um die armen Leute, die wir befreit haben, kümmern. Und ich habe sichergestellt, dass keiner der Piraten, die wir erledigt haben, wieder auf die Beine kommt. Was die Todesgucke angeht nun, die Soldaten des Admirals werden ihrer Mannschaft einen kleinen Besuch abstatten und das nicht zum Tee trinken und plaudern. So sieht's aus, mein Junge. Unser Job ist erledigt. Zeit, zur Gilde zurückzukehren. Entschuldigen? Seid ihr diejenigen, die uns befreit haben? Ja, das sind wir. Gibt es etwas, bei dem wir euch helfen können, Fräulein? Die Männer von Mahlström werden euch nach Hause bringen, falls ihr euch darum sorgt. Oh nein, das weiß ich. Ich wollte mich nur bedanken. Und es gibt da noch eine Sache, die ich euch erzählen muss. Kurz vor meiner Rettung hat dieser elenden Pirat etwas vor sich hin gemurmelt. Irgendwas über eine Gruppe von Händlern, die noch nicht zurückgekehrt ist. Wie bitte? Anscheinend sind sie im westlichen Danoske auf der Suche nach Sklaven und da das sehr nahe bei Bierhafen ist, vermutete unsere Anführer, dass sie noch bis zur letzten Glocke Vieh zusammentreiben. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass jemand anderes so leiden muss, wie ich das getan habe. Bitte, könnt ihr denn nichts dagegen unternehmen? Das werden wir sogar mit Sicherheit tun, meine Dame. Kümmert euch einfach darum, sicher wieder nach Hause zu gelangen und überlasst diese Halunken uns. Ich werde für euren Erfolg beten. Habt vielen Dank. Tja, soviel zum Feierabendbierchen. Ich werde Leichfuß und Kälber wieder über die jüngsten Entwicklungen unterrichten. Diese Nachzügler der Schädelbande können sich ordentlich auf was gefasst machen. Übrigens, wie geht's deinem Wurf am Killua? Ich denke, es ist an der Zeit, dass du lernst, wie man eine Klinge wirft. Wenn du da draußen in der Wildnis bist, kommt es häufiger vor, dass du einen Gegner aus der Distanz treffen musst. Und ein gerissener Junge wie du findet, bestimmt allerlei Verwendung für ein Wurfmesser. Behalte das also im Hinterkopf, wenn wir die restlichen Sklavenhändler jagen. Jo, damit haben wir unsere neue Fähigkeit. So, an der Stelle mache ich dann erstmal wieder eine Pause. Und wir sind uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann dem restlichen Gesindel so ein bisschen auf den Zahn fühlen werden. Also, bis dahin! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.